Sehr geehrte Studenten von SE2, willkommen bei einem neuen SU, diesmal dynamische Tests Blackbox-Fahren. Sie sollten bereits den ersten Teil von diesen Test-SUs gehört haben, also Einführung in das Software testen und dann kommen noch zwei weitere, nämlich die Whitebox-Verfahren und die statischen Tests. Was machen wir heute? Wir kümmern uns erstmal um Begriffe, Konzepte, statisch-dynamisch, so ein Begriffspaar, um das wir uns kümmern und genauso Whitebox-Blackbox. Whitebox-Verfahren, Blackbox-Verfahren, was sind das? Nachdem wir uns um Terminologie gekümmert haben, gehen wir auf ein spezifisches dynamisches Blackbox-Testentwurfsverfahren ein und das ist die Äquivalenzklassenbildung. Wir haben im Rahmen des Kurses nicht mehr Möglichkeiten, auf weitere Verfahren anzugehen. Lieber eins richtig, Sie können dann, glaube ich, ganz gut erfassen, in welche Richtung das geht. Es gibt dann noch viele andere, die ich ganz kurz anreiße, aber in diesem Fall geht es vor allen Dingen um diese Äquivalenzklassenbildung. Da machen wir Beispiele dazu und da gibt es auch eine Übungsaufgabe und ich fordere Sie auf, diesen Bogen zu machen und sich anhand der Musterlösung dazu zu kontrollieren. Lernziele heute. Sie sollen mir erklären können, was statische bzw. dynamische Tests sind, auch wo sie sich, wo drin sie sich unterscheiden. Sie sollen das gleiche für White- und Blackbox-Testentwurfsverfahren machen können. Worin unterscheiden sich diese beiden Begriffe? Oder was zeichnet die beiden aus vielleicht eher? Sie sollten mehr als ein Blackbox-Testentwurfsverfahren kennen, also noch wissen, was es außer Äquivalenzklassenbildung vielleicht noch gibt, ohne dass Sie die erklären können müssen. Sie sollten aber die Äquivalenzklassenbildung anwenden können und selber damit sogenannte konkrete Testfälle ableiten können. Müssen wir auch noch drüber reden, was sind abstrakte und was sind konkrete Testfälle? Diesen Unterschied sollten Sie ebenfalls kennen. Ich würde gerne darauf hinweisen, ich habe mal an der FU Berlin als Assi gearbeitet, Postdoc, und habe da die Übungen für einen Kurs im Grundlagen Software-Testens gegeben und Teile von diesem Kurs orientieren sich an den Folien, denen dieser damalige Kurs beruhte. Den gibt es, glaube ich, jetzt an der TU. Einfach mal gucken, wenn Ihnen das interessiert. Also hier der kleine Hinweis. Diese Folien bauen prinzipiell auf Material vom Certified Tester Foundation Level auf. Das ist zusätzlich zu einem Uni-Kurs. gibt es da auch eine Industrie-Zertifizierung, also eine Möglichkeit, sich wie Microsoft oder Cisco oder jemand das macht, sich eine Zertifizierung fürs Software-Testen zu holen. Geht relativ gut. Das sogenannte German Testing Board unterstützt auch Studenten dabei, und zwar indem einfach die Zertifizierungsgebühren rückerstattet werden. Wenn Sie BAföG bekommen, kriegen Sie alles zurück. Ansonsten liegt es, glaube ich, bei 50 Euro oder so. Wie auch immer, können Sie sich überlegen. Hinten habe ich die Links. Erzähle ich was zu? Ich will nur sagen, das ISDQB hat einen Foliensatz, und ich orientiere mich am Inhalt dieser Folien. Beginnen wir mit dem Bereich Terminologie. Wir müssen uns erstmal damit auseinandersetzen. Wir werden Wörter benutzen, und die müssen wir erstmal klären, was wir unter diesen Wörtern verstehen. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt erstmal bei den dynamischen Blackbox-Verfahren. Und um da überhaupt einzusteigen, müssen wir uns erstmal klar machen, dass Programme statische Beschreibungen von dynamischen Prozessen sind. Ja, ist irgendwie klar. Eine statische Beschreibung, Quelltext, das ändert sich nicht vor Ihren Augen, es sei denn, Sie tippen dran. Das heißt, das ist erstmal ein Ding, ja, statisch. Es ändert sich nicht über Zeit. Wie gesagt, es sei denn, es wird bewusst verändert. Aber ein Programm tut das. Also, wenn Sie ein Programm starten, diesen Quelltext starten, im Allgemeinen geschieht da was zur Laufzeit. Der reagiert zum Beispiel auf den Timer, macht was, zeichnet eine Grafik, da bewegt sich was. Die Berechnung ändert sich. Das heißt, es ist ein dynamischer Prozess. Sie benutzen also ein statisches Artefakt, sage ich mal, den Quelltext, um einen dynamischen Prozess zu erzeugen. Das laufende Programm. Das sollte Sie nicht überraschen, das ist klar. Bloß hier werden diese statisch und dynamisch, diese Begriffe, werden hier eingeführt. Statisch, wenn wir das jetzt auf Test anwenden, also ein statischer Test, dann prüfen wir Quelltext beispielsweise, die Testobjekte an sich, die Artefakte des Entwicklungsprozesses. Wir gehen also hin und wir führen das nicht aus. Wir nehmen nicht den Quelltext, übersetzen ihn und führen ihn aus. Nein. Was wir machen, ist, wir gucken uns in einem statischen Test allein den Quelltext an. Zum Beispiel in Form eines Code-Reviews. Ein Review haben Sie vielleicht schon mal gehört. Da guckt man sich den einfach an und überlegt so, wo könnten da Fehler liegen. Man kann auch statisch, kennen Sie vielleicht, wenn Ihre Idee anfängt, Sachen zu meckern. Manche IDEs sagen Ihnen zum Beispiel, guck mal, diesen Abschnitt-Code, den kannst du gar nicht erreichen. Unreachable-Code. Das ist so ein typischer statischer Test. Man kann also, während man tippt und der Source aufgebaut wird, kann die Idee eh schon so kleine Tests laufen lassen. Sagt bestimmt auch, hey, diese Variable wurde noch nicht verwendet. Dann weist Sie einfach darauf hin, dass hier gibt es ein Problem. Vielleicht haben Sie es so beabsichtigt. Alleine, warum wollen Sie eine Variable haben, die Sie nie verwenden? Genau. Und das ist ein statischer Test. Das machen, wie gesagt, einige Entwicklungsumgebungen. Da gibt es aber auch Werkzeuge für, die das machen. Und es gibt eine ganze Vorlesung zu statischem Test. Da kümmern wir uns um Code-Reviews vor allen Dingen. Das geht nicht nur bei Quelltext. Statische Tests können Sie auf allem machen. Sie können zum Beispiel das auf einem UML-Diagramm machen, auf einem Spezifikationsdokument, auf einer Konfigurationsdatei. Völlig egal, auf einem Brief, den Sie geschrieben haben, in dem Sie jemanden fragen, kannst du mal drüber gucken. Das ist ein statischer Test. Wie gesagt, mehr oder weniger formal kümmern wir uns im übernächsten SU nochmal drüber. Die andere Seite, das, was jetzt diesem SU und dem nächsten passiert, sind dynamische Tests. Dynamische Tests sind am ehesten das, was ich Ihnen schon bei den Unit-Tests gezeigt habe, im letzten SU. Die prüfen die Resultate der Ausführung von irgendeinem Testobjekt. Also etwas, was zur Laufzeit geschieht. Sie haben da eine ganze Laufzeit. Hier unten haben wir das Ding. Das heißt, Sie haben ein Testobjekt, das in einer Laufzeitumgebung eingebunden ist. Sie versorgen das mit Eingabewerten. Haben wir bei der generellen Testumgebung besprochen, wie das passiert mit den Mockups, mit den Treibern und so. Und dann kriegen Sie Ergebnisse raus. Und Sie müssen Vor- und Nachbedingungen sicherstellen, eben um Seiteneffektfreiheit beispielsweise zu gewährleisten. Aber grundsätzlich, was Sie eben machen, ist das Ding, ich sage immer ganz salopp so, Sie bringen das zum Wackeln, Sie beschießen das mit irgendwas. Und Sie gucken an, wie das wackelt und was da zurückkommt. Und dann haben Sie dieses Übliche. Sie vergleichen eben die Ist-Werte, die Sie kriegen, mit den Sollwerten, die Sie schon kennen. Und daraus leistet sich Ihr Testergebnis ab. Und das Wichtige an dieser Stelle ist das Dynamische. Das heißt, es findet in einer Laufzeit statt. Und natürlich testen Sie damit die Laufzeit mit. Das ist so, kommt man eigentlich drumherum. Und eben im Gegensatz zu den statischen Tests, die die Laufzeit nicht benötigen, weil Sie rein auf den Artefakten wie Quelltext arbeiten. Ist hier deutlich aufwendiger natürlich eine Laufzeit herzustellen. Die muss irgendwie hochgefahren werden. Das habe ich schon kurz im letzten NSU gestriffen. Das kann sehr komplex sein, je nach System, was Sie da testen. Also dynamisch, Laufzeittest, statisch, Testen der Artefakte des Softwareentwicklungsprozesses an sich. Jetzt möchte ich es ein bisschen einordnen. Wir reden ja hier über Testentwurfsverfahren. Okay. Muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen? Es sind eine Menge Wörter drin. Ich nehme das mal hier auseinander. Also. Der Test. Okay, das ist irgendwie klar. Das haben wir jetzt hinreichend besprochen. Soll, ist, wird, vergleich und so. Okay. Testentwurf. Naja, da entwerfe ich einen Test. Das ist jetzt nicht so schwierig. Ich überlege mir, wie ich teste und ich schreibe einen Test. Ich sage, dies ist mein Testverfahren. Das möchte ich testen. So. Verfahren. Ein Weg, wie ich das machen kann. Ein Verfahren. Eine Art, wie ich das tun kann. Das heißt, Testentwurfsverfahren beschäftigen sich damit, wie komme ich sinnvoll zu Testfällen. Wie entwerfe ich Testfälle. Und da gibt es eben mehrere Varianten. Es gibt diese sogenannten Blackbox-Tests, worum wir uns heute kümmern. Die laufen auch unter spezifikationsorientierte Testentwurfsverfahren. So ein Brocken. Heißt aber, sagt Ihnen auch schon was. Nämlich, offensichtlich werden die Testfälle da mit Hilfe der Spezifikation entworfen. Da, wo halt die Sollwerte drinstehen. Okay, es orientiert sich an der Spezifikation. Scheint also irgendwie, sich nicht unbedingt am Code zu orientieren. Und dann gibt es die Whitebox-Tests. Und die laufen unter Strukturorientierte Testentwurfsverfahren. Also, um Testfälle zu erstellen, wird sich da an irgendeiner Struktur orientiert. Ich kann Ihnen jetzt schon mal verraten, das ist die Struktur vom Quelltext. Wir werden die Unterscheidung gleich nochmal klar machen. Und dann gibt es den dritten Teil. Da können wir gar nicht viel zu sagen. Erfahrungsbasierte Testentwurfsverfahren. Das ist natürlich auch ganz nett. Erfahrungsbasierte Testentwurfsverfahren. Ja, die können Sie gar nicht näher charakterisieren, außer, die basieren auf der Erfahrung des Testers, der Testerin. Und das ist ein bisschen schwierig fürs Testen an sich, weil beim Testen ist es wahnsinnig abhängig davon, wie viel Erfahrung der Tester, sage ich jetzt mal, ich meine damit beide Geschlechter, der Tester hat. Das ist der absolut ausschlaggebendste Faktor beim Testen, ist diese Erfahrung. Und es ist einfach so, egal mit welchem Testentwurfsverfahren wir rangehen, es gibt sehr viel Forschung dazu. Es gibt auch wirklich praktisch jede Menge Verfahren, die auch in Werkzeuge gegossen werden und so, mit denen Testfälle sozusagen errechnet werden oder entworfen werden, sinnvolle Testfälle. Und die sind alle prima und die funktionieren alle und die haben bloß das leichte Problem, dass sie alle nicht so gut funktionieren, wie jemand, der weiß, worum es geht. Das heißt, wenn sie jemand sind, der die Erfahrung mitbringt, also zum Beispiel in einer bestimmten Domäne bereits zehnmal Systeme getestet hat, also fünf Jahre da arbeitet, zehn Jahre da arbeitet, sie haben so viel Erfahrung in dem Bereich, dass sie wissen, wo sie den Finger rauflegen müssen, um die Wunde zu treffen. Und das ist etwas, das kann kein Testentwurfsverfahren, diese Erfahrung, da kann keins mit konkurrieren. Das heißt, es gibt diese erfahrungsbasierten Testentwurfsverfahren, was nichts anderes heißt, wie basiert auf dem, was jemand weiß. Und gleichzeitig haben sie einen Umkehrschluss, nämlich, wenn sie mal in der Lage sind, sich zu entscheiden, wen möchten sie fürs Testen haben, dann suchen sie bitte, bitte die Leute, die am meisten Erfahrung haben. Natürlich können sie immer einen Junior mit reinnehmen und sozusagen die hochziehen, die Leute, also mit Erfahrung lehren sozusagen. Aber um wirklich vernünftig zu testen, Qualität mit guter Qualität zu testen, ist es sinnvoll, dass die Leute wissen, was sie da machen. Diese Testentwurfsverfahren bringen sie ein schönes Stück weiter. Wenn sie gar keine Ahnung haben, ist es besser als gar nichts, absolut. Das wird ihnen in jedem Fall eine bessere Qualität geben. Aber es geht eigentlich nur mit Leuten, die wirklich wissen, was sie da machen. Und das muss man lernen, was auch völlig okay ist. Und noch mal ein Umkehrschluss. Wenn sie in der Situation sind, dass sie das noch nicht gemacht haben oder wenig Erfahrung besitzen, hängen sie sich an Leute, die das wirklich gut können. Suchen sie, orientieren sie sich da zu den Leuten hin, die wirklich den Plan haben. Okay, also Blackbox, Whitebox-Test, das war mein Ausflug zu erfahrungsbasierten Testentwurfsverfahren. Über die reden wir jetzt nicht mehr. Worüber wir reden, Whitebox- und Blackbox-Verfahren, habe ich Ihnen mal hier gezeigt. Beschränken wir uns mal erstmal auf die rechte Seite. Blackbox-Verfahren. Sie sehen schon, das Testobjekt, was ich hier habe, ist eine schwarze Kaste, die Blackbox. Ich weiß nicht, was da drin geschieht. Und das ist die Prämisse. Das ist die grundsätzliche Annahme, ich kann da nicht reingucken. Das heißt, sie kennen die Programmlogik nicht. Sie kennen den Source nicht. Selbst wenn sie den Source kennen, wenn sie Blackbox-Verfahren verwenden, kümmern sie sich nicht darum, was da drin geschieht. Das heißt, sie haben Eingabewerte und ein Ergebnis, und es geht nur darum, wie sind die Eingabewerte strukturiert. Das heißt, das legt fest, wie ich testen kann, wie ich Testfälle entwerfen kann. Das heißt, sie wählen die Eingabewerte ohne Kenntnis der Programmlogik, ohne Kenntnis des Quelltext. Sie leiten die ab, und deshalb heißt es spezifikationsorientierte Testentwurfsverfahren. Sie leiten, Entschuldigung, sie leiten die ab aus den Spezifikationsdokumenten. Das heißt, sie lesen das und gucken, was könnte diese Methode für Eingabeparameter haben, was könnte die Bedeutung sein, und dann können sie damit sinnvolle Werte wählen. Da gucken wir uns heute ein Verfahren, Äquivalenzklassenbildung, an, und ich hoffe, das zeigt Ihnen so ein bisschen, dass man da durchaus sinnvolle Annahmen treffen kann. So, jetzt die andere Seite. Das heißt, Blackbox-Verfahren weg, wir kümmern uns um Whitebox-Verfahren. Im nächsten SU. Im nächsten SU gucken wir uns ein Whitebox-Testentwurfsverfahren an. Bei dem Whitebox-Verfahren kennen Sie die Logik des Testobjekts. Habe ich mal so eine quasi State Machine reingezeichnet. Sie wissen, wo Ifs sind, also Fallunterscheidungen. Sie wissen, wo Switch oder Loops sind. Also Sie kennen die Struktur Ihres Codes. Sie können zum Beispiel überlegen, welche Pfade muss ich durch meinen Code laufen, um alle Fälle abzudecken, wie es da gibt. Kann ich jede Zeile testen? Das nennt man sich Coverage oft. Also wie viele Zeilen kann ich covern? Wie viel kann ich überdecken? Das gucken wir uns das nächste Mal an. Das heißt, Sie wählen die Eingabewerte, mit denen Sie das Testobjekt exercisen, mit denen Sie das Testobjekt ansteuern. Also der Aufruf Ihrer Methode, die Sie da testen zum Beispiel. Die wählen Sie mit Kenntnis der Programmlogik. Das ist nicht blind rumgestochert, sondern da gucken Sie sich vorher an, wenn ich da einen Wert von 23 reingebe, wo geht denn der genau hin? Was macht denn der? Was wird denn alles getriggert? Vielleicht macht der gleich einen Return. Und dann richten Sie sich ganz bewusst an der Struktur vom Code aus und wählen so die Eingabewerte. Das ist der Unterschied zwischen Whitebox und Blackbox. Blackbox, Eingabewerte ohne Kenntnisse des Programms. Whitebox, Sie kennen das Programm. Das heißt, jetzt sind wir bei dynamischen Blackbox-Verfahren. Das heißt, zur Laufzeit, ich kenne das Programm nicht, ich kenne nur die Spezifikation und möchte jetzt Testfälle entwerfen. Das ist unsere Fragestellung. Bevor wir überhaupt über Testfälle reden, ich habe zwar schon ein bisschen über Testfälle geredet, aber grundsätzlich über das Entwerfen von Testfällen, müssen wir eine Unterscheidung treffen, und zwar die Unterscheidung in sogenannte abstrakte und konkrete Testfälle. Konzentrieren wir uns hier erstmal auf die linke Seite. abstrakte Testfälle. Das ist ein Testfall, der grundsätzlich beschreibt, wie die Idee ist, zu testen. Aber er hat keine konkreten Werte. Er sagt einfach nur, ja, in dem Bereich möchte ich testen. Sagt aber nicht mit der 23 oder mit der minus 15. Und er hat ebenfalls noch keine konkreten Werte für die vorausgesagten Ergebnisse. Der sagt zwar, ich weiß so ungefähr, das muss rauskommen, aber ich weiß noch nicht, was genau das ist. Konsequenterweise ist das noch nicht ausführbar, weil es einfach noch nicht konkret genug ist, um es auf wirklich ein Programm, ein Testprogramm abzubilden. Und es ist aber noch technologieunabhängig. Wir haben noch keine Sprache zum Beispiel drin. Ja, also als Beispiel. Teste das Login mit einem in der Datenbank registrierten Benutzer und einem nicht registrierten Benutzer. Erwarteten Werte wären dann, das Login mit einem registrierten Benutzer klappt und das mit einem nicht registrierten Benutzer wird abgelehnt. Das ist ganz klar. Das ist ein abstrakter Testfall. Sie können sofort nachvollziehen, dass es ein Testfall ist, weil ich versuchte ja was, aber ich hab noch nicht genau gesagt, wie das funktioniert. Im Gegensatz jetzt dazu, die rechte Seite, die konkreten Testfälle. Das ist, da nehmen Sie einen abstrakten Testfall, zum Beispiel teste das Login und nehmen konkrete Werte. Sie bilden es auf Technologie ab. Sie sehen also, ich möchte das hier, im Beispiel sieht man das ganz gut, und ich möchte das gerne einmal mit Emil versuchen. Emil ist ein Benutzer aus der Datenbank, von dem wissen wir, dass Emil ist registriert. Und einmal mit Susi und von Susi wissen wir, sie ist nicht registriert. Das ist jetzt technisch. Das kann ich ausführen. Das heißt, hier haben Sie Code, das ist jetzt beliebig, sag ich mal, ein C++ Java-Code. Also in Zeile 1 wird eben der U1, der User 1, von der Datenbank geladen und wir nehmen halt Emil. Da sollte so eine ID quasi reiche ich rein. Und dann gucke ich, ob das Login vernünftig zurückkommt mit True oder ich nehme mal die Susi aus der Datenbank. Ach interessant, New User. Die lade ich nicht aus der Datenbank, die mache ich so und gucke dann, ob das Login, ob das das fehlschlägt. Ob das jetzt exakt diese Art von Programm ist, ist völlig egal. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist, ein konkreter Testfall benutzt eine konkrete Technologiebindung. Das heißt, der hat Werte, der ist ausführbar und der läuft mit einer bestimmten Sprache, Framework, Laufzeitumgebung. Konkrete Testfälle ist das, was ich Ihnen gezeigt habe mit dem Unit-Test, programmiert mit Qt-Test. Ich kann es ausführen. Das ist ein konkreter Testfall. Der abstrakte Testfall in diesem Beispiel mit Qt, was ich gemacht habe, war eben, ich würde das gerne mal testen, den Accumulator gerne mal testen mit zwei validen Zahlen, beide positiv, zwei valide Zahlen, eine davon negativ und einmal will ich dieses Verhalten mit der zu großen Zahl testen. Das wären dann die abstrakten Tests. Das ist sehr viel deutlicher, wenn wir jetzt über die Testentwurfsverfahren reden, denn da gibt es eine ganz klare Vorstellung, was abstrakt und was konkret ist. Der einzige Hinweis, den ich hier noch loswerden möchte, ist, achten Sie ganz genau darauf, sollte ich Ihnen mal eine Aufgabe dazu stellen, beispielsweise im Rahmen einer Prüfungsleistung, Klausur und ich frage in der Aufgabe nach zum Beispiel entwerfen Sie abstrakte Testfälle. Dann hören Sie irgendwann auf, dann machen Sie nicht mehr die konkreten. Wenn ich allerdings nach den konkreten Testfällen frage, dann müssen Sie natürlich die abstrakten erst mal machen und darauf aufbauen, Wertzuweisungen, die mir konkrete Testfälle geben. Das spart Ihnen vielleicht Arbeit. Also überlegen Sie ganz genau, haben wir abstrakte oder konkrete Testfälle vor uns? Kommen wir nun zum Abschnitt über ein ganz konkretes, dynamisches Blackbox-Testentwurfsverfahren, nämlich die Äquivalenzklassenbildung. Generell würde ich erst mal was zu Blackbox-Testentwurfsverfahren sagen wollen. Es gibt da eine Menge und die Äquivalenzklassenbildung ist jetzt von mir relativ beliebig rausgezogen, weil ich die praktisch und benutzbar finde und weil sie so ein bisschen noch Sachen wie die Grenzwertanalyse auch mit erschlägt. Also hier zeige ich Ihnen nochmal so andere Sachen. Bei der Äquivalenzklassenbildung, die sehen Sie hier ganz unten, da ist die, ich schreibe, habe die generelle Idee aufgeschrieben, wie getestet wird. Sie testen durch Stichproben von äquivalenten Wertebereichen. Heißt, Sie erinnern sich vielleicht an das Problem, der Parameterraum ist riesig. 2 hoch 16 mal hoch 3, also in drei Shorts, die Sie an eine Methode übergeben, macht mir einen Parameterraum auf, den ich innerhalb von 90 Jahren durchtesten kann. Also durchtesten gab es nicht, das heißt, wir müssen Stichproben nehmen und jetzt ist die Frage, was für Stichproben nehmen wir denn so und die Äquivalenzklassenbildung sagt, naja, wir gucken uns an, was für Wertebereiche haben wir und dann gucken wir, wo sind die Äquivalent, wo werden die ungefähr gleich behandelt. Ein Beispiel ist zum Beispiel die negativen Zahlen und die positiven Zahlen. Da können wir schon davon ausgehen, dass es da in dem Code, ohne dass ich den Code kenne, dass es schon eine unterschiedliche Behandlung gibt. Das heißt, das sind zwei Wertebereiche, wo man vielleicht mal so eine Strichprobe nehmen soll. Auch die Null ist oft so ein Wertebereich, wo man sagt, hm, wird vielleicht anders behandelt. So, das ist die grundsätzliche Idee bei der Äquivalenzklassenbildung. Ich versuche Stichproben zu ermitteln, indem ich sage, in welchen Bereichen werden die Werte vermutlich gleich behandelt. Das kann man noch sehr viel strukturierter machen. Zeige ich Ihnen im Rest vom SU. Jetzt aber mal zu den anderen Verfahren. Gehen wir doch einfach mal von unten hoch. Anwendungsfall-basierter Test. Anwendungsfall, Use Case. Sie erinnern sich, Software Engineering 1. Das waren so Blasen, da standen so kurzaktive Verbphrasen drin. Anwendungsfälle. Wissen Sie, was das ist? Und in diesen Anwendungsfällen gab es das Haupterfolgsszenario, der Golden Pass, das Main Success Szenario. Wo Sie schrittweise beschrieben haben, was der Fahrt ist, also was sind die Schritte, die sozusagen im Erfolgsfall, in die Sonne scheint, das Wetter ist gut, Ihr System funktioniert. Wie sieht es aus, wenn dieser Anwendungsfall richtig durchläuft? Und da haben Sie schrittweise beschrieben, wie das eben aussieht. Und das kann man einfach in einen Test gießen. Nennt sich Anwendungsfall-basierter Test. Da versuchen Sie exakt, Ihr Sonnenschein-Szenario als Testfall abzufahren. Eignet sich vielleicht nicht so wahnsinnig für Komponententests ist dann eher auf der System-Test-Ebene heimisch. Sie können dann auch die Alternativen und die Fehlerfälle testen und die Extensions und was Sie nicht alles in Ihren Anwendungsfällen haben. Das ist also so ein High-Level-Test, aber Sie haben prinzipiell schon bereits als Dokumente, hoffentlich, wenn Sie Anwendungsfälle haben, haben Sie eine klare Vorlage, was Sie da testen sollten. Und da, Anwendungsfälle entstehen ja nicht im luftleeren Raum. Das heißt, die werden ja im Allgemeinen verwendet, um erstmal zu analysieren, was soll das System tun. Das heißt, das ist ja schon konkret, Sie überprüfen ja dann tatsächlich, kann das System denn das, was wir mal festgelegt haben, was es können soll. Also, der Anwendungsfall-basierte Test ist eigentlich ein No-Brainer. Wenn Sie den nicht machen, auch aus sich heraus, dann ist schon was falsch. Also, das sind ja die Szenarien, von denen Sie ausgehen, dass dafür Ihr System gebaut werden soll. Die spielt man natürlich vorher mal durch. Entscheidungstabellentest. Das ist so, dass viele Fehler passieren, das wissen Sie, glaube ich, aus eigener Erfahrung, viele Fehler passieren in bultischen Bedingungen von Schleifen und von Fallunterscheidung. Da haben Sie mal so ein Plus-Minus-Eins-Fehler, da ist mal was, stimmt nicht. Also, ganz oft sind es Fehler, die einfach in diesen bultischen Bedingungen passieren. Und die kann man natürlich jetzt testen. Man kann mal sagen, man kann so eine logische, so eine Wahrheitstabelle aufmachen und gucken, was für Möglichkeiten habe ich denn, was was tue, forts wird, wie wertet das dann aus. Und dann läuft man sämtliche Möglichkeiten durch. Dann guckt man, wie kann ich alle diese verschiedenen bultischen Ausdrücke sozusagen, alle Varianten mal durchtesten. Das ist dann immer noch nicht alle Parameter, weil im Allgemeinen so ein Ausdruck dampft das ja auf nur ein paar Entscheidungen ein. Das sind ja nicht fünf Millionen Entscheidungen, sondern das sind dann halt, im einfachsten Fall ist es if, then oder if, then, else. So das oder das. So eine Alternative. Kann auch ein Switch sein, dann haben Sie vielleicht mal 20 oder so, aber prinzipiell. Also ein Entscheidungstabellentest, der sich vor allen Dingen auf diese bultischen Ausdrücke stützt. Erzähle ich jetzt gar nicht, wie das konkret geht, aber ich glaube, Sie können sich das als Idee vorstellen. Noch zwei Stück, die ich Ihnen kurz nahele bringen will. Der zustandsbasierte Test. Da testen Sie, also ein Objekt hat einen Zustand und wenn ich einen Aufruf auf dem Objekt mache, dann hängt der Aufruf im Allgemeinen davon ab, wie der Zustand vorher war. Nehmen Sie das Accumulator-Objekt aus dem Qt-Test-Beispiel, dann ist es davon abhängig, der Aufruf von Sum zum Beispiel, ein Getter, ist davon abhängig, wie viel, was vorher aufgerufen wurde. Wurde da mehrmals Add aufgerufen, welche Werte waren das? Das heißt, der bezieht sich auf den Zustand, den das Objekt vorher hat. Und nun kann man das so machen, man kann quasi einen Baum von Zuständen von Objekten aufmachen. Man kann sagen, naja, ich analysiere jetzt mal, in welchen Zuständen dieses Objekt sein kann. Man könnte sogar eine Zustandsmaschine nehmen, das geht ganz gut, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Aber prinzipiell kann man alle Möglichkeiten, alle Möglichkeiten, die an Zuständen, die ein Objekt einnehmen kann, die kann man auftragen mit den Übergängen und kann sich angucken, ja, wie kann ich da durchgehen? Was sind die Möglichkeiten? Und dann kann man anfangen, Pfade durch diesen Baum durchzugehen. Das ist sozusagen die Möglichkeit. Da gibt es jetzt auch schon ein relativ klar vorgebender Prozess, wie man das machen kann. Ja, zustandsbasierte Test versucht, die Zustände eines Objekts rauszukriegen sozusagen. Sie wissen ja nicht, was die Zustände sind. Das ist ja Blackbox. Also versuchen außen, diesen Zustand zu kriegen. Und dann haben wir noch die Grenzwertanalyse. Das ist so ein bisschen diese Plus-Minus-Eins-Fehler-Problematik. Und es ist auch relativ nah an der Äquivalenzklassenbildung. Wenn Sie irgendwo zum Beispiel in dem Wertebereich von irgendeinem Parameter eine Grenze haben, von der Sie wissen, das ist eine Grenze, zum Beispiel in Ihrer Spezifikation steht eben, diese Methode legt fest, ob jemand, der sich Pensionsansprüche hat und ab Pensionsalter rechnet sie das dann aus und vorher gibt es, ich weiß nicht, eine Fehlermeldung. Dann gibt es da eine klare Grenze, nämlich die Grenze des Pensionsalter. Wenn ich da so das Alter mit eingebe, dann weiß ich, auf der einen Seite macht er was anderes als auf der anderen Seite, weil in der Spezifikation steht das. Und dann testen Sie die Grenze von diesem Parameter. Das heißt, Sie testen einmal links von der Grenze, Sie versuchen genau drauf zu ziehen, wenn Sie das können und Sie testen rechts von der Grenze. Also kleiner und größer zum Beispiel bei Integer. Weil oft Fehler um diese Grenze herum passieren. Das macht natürlich auch Sinn, sich trotzdem einen Wert irgendwie aus dem gesamten Wertebereich zu schnappen. Aber grundsätzlich diese Grenzen von beiden Seiten abzuklopfen. Diese Plus-Minus-Eins-Geschichte. Diese Art der Analyse ist sinnvoll, weil eben viele Fehler, das haben wir statistisch festgestellt, sind diese Plus-Minus-Eins-Fehler. Grenzwertanalyse. Also Sie sehen schon, es sind so ein paar clevere Ideen, wie man herangehen kann, die versuchen, die Anzahl der Stichproben, die Sie machen müssen, die Testfälle, die Sie vornehmen können, zu reduzieren und dafür aber sinnvoller auszusuchen. Und wie gesagt, wir machen jetzt eine Sache, nämlich die Äquivalenzklassenbildung. Das gucken wir uns jetzt genauer an. Bevor wir das machen, müssen wir noch kurz darüber reden, wie wir Operationen, was das Testen einer Operation denn heißt. Sonst macht das Beispiel so viel Sinn nicht. Ich habe hier jetzt mal ein Bild mitgebracht. Grundsätzlich, dieses Bild zeigt Ihnen beliebige Operationen, was wir zur Verfügung haben beim Blackbox-Test. Und Sie erinnern sich wieder so ein bisschen an Übergaberichtungen aus SE1, In, Out, In-Out, das ist Ihnen vielleicht noch bekannt. Hier sehen Sie sozusagen in dieser Blackbox die Möglichkeiten, die Sie haben, um diese Operation zu beeinflussen. Und da haben Sie auf der einen Seite mal die In-Parameter. Das sind Parameter, die nur reingehen und nicht rausgereicht werden. Dann haben Sie Out-Parameter. Das sind Parameter, die nur rausgehen. Im Allgemeinen heißt das Rückgabewerte. Und es gibt, wie gesagt, Sprachen, die mehrere unterstützen. Sie werden gleich sehen, ich passe das gleich mal auf C++ an, dieses Bild. Sie werden sehen, da ist es dann nur einer, weil C++ nur einen Rückgabewert hat. Auch wenn Sie ein R jetzt zurückgeben, ist das erstmal nur ein Ding. Und dann gibt es noch so die sogenannten In-Out-Parameter. Die werden sowohl reingereicht, als auch rausgereicht. Wenn wir zum Beispiel einen Pointer nehmen. Gucken wir jetzt auch noch gleich für C++ an. Das heißt, das ist prinzipiell eine Operation für uns, wenn wir die testen. Und die besteht aus ihrer, also die Signatur, das ist das, was wir haben von der Operation, weil wir machen ja Blackbox-Tests. Ich habe nur die Signatur, ich habe den Code nicht. Ich weiß nur von außen, wie ich dagegen binden kann und die callen kann. Das heißt, ich kenne den Namen. Gut, ich weiß, was ich aufrufe. Ich kenne die Typen der Parameter, die reingehen. Ich kenne auch die Typen der Parameter, die rausgehen und die In-Outs kenne ich auch. und ich weiß, welche Richtung die haben. Ich weiß, sind die In oder Out oder In-Outs. Eine weitere Annahme, und das ist anders, wenn Sie zum Beispiel zustandsbehaftete Tests machen, aber wenn wir jetzt Äquivalenzklassenbildung angucken, sagen wir erst mal, die Operation berechnet ihre Ausgaben, die Out-Parameter, nur aus den Eingaben. Das heißt, wenn ich die mit einem unveränderten Objekt aufrufe, führen die immer zu dem gleichen Ergebnis. Weil sonst hätten wir ein Problem, wenn sozusagen zwei nacheinander folgende Aufrufe zu einem neuen Ergebnis führen, dann können wir keine Aussage mehr über den Test machen. Das ist auch der Grund, warum wir ein Testobjekt, wie ich Ihnen das gezeigt habe, immer in einen Initialzustand bringen, um es dann einmal sozusagen zu exercisen, auszuüben, wackeln zu lassen, weil es eben reproduzierbar ist. Wenn, wie gesagt, das von einem vorherigen Call abhängt und der vorherige Call war ein anderer, kriegen Sie auch ein anderes Ergebnis. Das wollen Sie nicht. Also, Zustandslosigkeit, keine Seiteneffekte. Das müssen wir postulieren, sonst können wir es nicht machen. Und praktisch heißt es eigentlich nur, ich bringe das Objekt vorher in einen Zustand, weil jedes Objekt hat irgendwie einen Zustand, von dem ich weiß, wie er ist. Und dann weiß ich auch sozusagen, dann ist das Ergebnis reproduzierbar. Gut. Auf C++ angewendet? Sieht das ein bisschen anders aus. Der Hauptunterschied ist, glaube ich, hier nur noch einen Ausgabewert. Und wir können uns jetzt überlegen, diese Eingabeparameter in und in out, wie unterscheiden sie sich denn? Naja, die unterscheiden sich, entweder nehmen Sie Call by Value oder Call by Reference. Das sind die beiden Möglichkeiten. Call by Value kopiert. Das ist ein reiner in-parameter. Sie können, dass das, was kopiert wird, kann sich in dem aufrufenden Programm nicht mehr ändern. Klar. Mit einem in-out-parameter, Reference heißt ja, ich übergebe eine Referenz. Das heißt, es kann sich das, es ändert sich das, wenn ich in der Methode einen neuen Wert schreibe, ändert der sich dann auch in dem aufrufenden Programm. Typen haben Definitionsbereiche. Das ist auch irgendwie klar. Ein Integer hat einen festgelegten Bereich, auf dem er definiert ist. Okay. Also C++-Methoden sind so ein bisschen anders. Sie müssen wissen, ist es Call by Value oder Call by Reference. Pointer sind auch in dem Fall Call by Reference, weil ist ein In-out und es gibt nur eine Rückgabe. Okay. Jetzt gucken wir uns das noch an einer Funktion an, wie ich verspreche Ihnen, wir sind gleich bei der Äquivalenz-Klasse-Bildung. Eine Funktion größter gemeinsamer Teiler. Man übergibt m und m, das sind zwei Zahlen und diese Zahlen ergibt ein Zurück den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen. Also, größter gemeinsamer Teiler von 4 und 8 ist 4, größter gemeinsamer Teiler von 5 und 8 ist 1, größter gemeinsamer Teiler von 15 und 35 ist 5. Ist irgendwie klar. Ist der größte gemeinsame Teiler. Wenn ich das Aufschreiben in Signatur einer Methode, kann ich das in einer Programmiersprache tun oder ich kann das mathematisch machen? Wenn ich das mathematisch mache, dann sieht das so aus. Die ganzen Zahlen, gekreuzt mit den ganzen Zahlen, führen über in die natürlichen Zahlen. Also, z kreis z führt zu n. z, ganze Zahlen, n, natürliche Zahlen ohne 0. Okay. Ist irgendwie relativ klar, weil wir haben zwei Parameter, wie ich schon gezeigt habe. Die Kombination ist einfach, man muss alle Kombinationen multiplizieren. Das heißt, irgendwie alle Belegungen von m und alle Belegungen von n, das sind ganze Zahlen, gilt größter gemeinsamer Teiler, führt zu irgendwas in den natürlichen Zahlen, sprich die positiven ganzen Zahlen ohne 0. Sie können keinen Teiler von 0 haben und sie können auch keinen negativen größten gemeinsamen Teiler haben. Insofern werden einfach die 0 und die negativen Zahlen weggeworfen. In C++ ist es dann irgendwie klarer. Finde ich persönlich für mich jetzt, ich bin nicht so der Mathematiker. Da haben sie dann Datentypen, die sie kennen, int und in dem Fall unsignedint auch, weil wir haben ja ein n, brauchen wir sozusagen die negativen Zahlen nicht, können wir unsigned nehmen. Das heißt, Parameter m, was vorher z war und n, sind jetzt einfach Integerwerte und der Rückgabewert, der vorher aus der Menge der natürlichen Zahlen kam, ist jetzt unsignedint. Jetzt frage ich normalerweise, sind beide Signaturen äquivalent? Können Sie mal einen Moment überlegen, was glauben Sie, sind die beiden äquivalent? Sind die gleich? Unterscheiden Sie, da gibt es da Unterschiede. Und natürlich, es gibt Unterschiede. Leider haben wir jetzt keine Interaktion. Die Unterschiede sind natürlich daran, also erstmal so einfache Sachen wie unsignedint erlaubt 0, n in diesem Fall erlaubt es nicht. Also Sie können natürlich n 0 nehmen, aber prinzipiell, also ich könnte die 0 zurückgeben, theoretisch in diesem Fall, in C++. und Int hat einen eingeschränkten Wertebereich. Weil das auf der, welche Größe hat Int? Genau. 16-Bit, 32-Bit oder 64-Bit zurzeit. Warum? Weil der Int sich an der, es hängt vom Compiler und der Prozessor-Architektur ab und der richtet sich an der Busbreite aus. Ja, also im Allgemeinen wird der jetzt 64-Bit haben. Also er ist mindestens 16-Bit. Das war schon mal super. Aber wenn Sie auf, weiß ich nicht, in irgendeinem Arduino oder so programmieren, ist er halt nur 16-Bit. Und das ist das Problematische. Eben, es gibt jede Menge Datentypen in C++, Uint8T zum Beispiel. Das ist dann ein Byte oder ein Short, das ist auch festgelegt auf 16-Bit. Dann wissen Sie, ich habe 16-Bit, aber im Int wissen Sie es nicht. Was Sie aber wissen ist, er ist festgelegt. Das heißt, die mathematischen Mengen, die Zahlenmengen Z und N sind ja nicht festgelegt. Die gehen beliebig weit. Ein Int geht nicht beliebig weit. Ein Int hat irgendwann keine Kabel mehr. Nach 32 Leitungen ist Schluss oder nach 31, wenn Sie noch ein Vorzeichen haben. Und dann geht es da nicht mehr weiter. Das heißt, es gibt Zahlen, für die diese Funktion fehlschlägt. Und das sind die Zahlen, die jenseits der Integer-Grenzen sind. Und die kann man natürlich abfragen. Programmiersprachen erlauben einem Integer-Grenzen abzufragen. Und dann muss diese Funktion sagen, tut mir leid, haut nicht hin. Jetzt ein bisschen die Frage, wie Sie das Programm technisch machen. Weil, wenn Sie den Wert vorher schon in einem Int haben, dann nützt Ihnen das gar nichts mehr. Und ich meine, es ist auch die Frage, was passiert. Also, wenn Sie einen zu großen Wert in einen Int stecken, werden Sie zumindest in C++ einfach irgendeinen merkwürdigen Wert kriegen, weil in der Hardware was überschrieben wurde und dann, da kommt schon irgendein Wert raus. Es ist bloß nicht der Zahlenwert, den Sie gerne wollen. Genauso wie halt negative Zahlen irgendwann auch in den positiven Bereich umklappen sozusagen. Die sehen dann aus wie riesig. Wie riesige Zahlen, wenn man einfach zum Beispiel castet. Also, casten Sie mal einen negativen Integer nach einem Unsigned Int. Wenn die Feststände kriegen, was Riesiges, diese Zweier-Komplement-Problematik. Das ist ein Resultat von der Benutzung von Zweier-Komplement. Wie auch immer, diese Signaturen sind nicht äquivalent. Sie unterscheiden sich ganz massiv, weil zum Beispiel in C++ gibt es da Grenzen. Jetzt kommen wir zur Äquivalenz-Klassenbildung. Die Grundidee habe ich Ihnen bereits erklärt. Die Grundidee ist, ich will Stichproben finden für Wertebereiche, die gleich behandelt werden. Okay. Das heißt, ich gucke mir an, auf welchem Bereich sind meine Ein- und Ausgaben definiert und zerlege das in sogenannte Äquivalenz-Klassen. Jetzt macht der Begriff Äquivalenz-Klasse auch Sinn. Das ist die Klasse von Werten, die äquivalent behandelt werden, die gleich behandelt werden. Das heißt, alle Werte einer solchen Äquivalenz-Klasse sollten gleiches Verhalten meines Codes verhoben. Das heißt, ich brauche nur noch einen Testwert, weil die gesamte Äquivalenz-Klasse abgedeckt ist und ich postuliere, das muss nicht so sein, aber das ist meine Annahme, meine Annahme ist, wenn ich einen, nämlich diese eine Stichprobe hier, wenn ich die sozusagen nehme, dann ist die gesamte Klasse in Rot hier dieses Ding, dieses gesamte Ding ist abgedeckt davon. Das ist die Idee dahinter. Und dann muss ich mir vernünftige Stichproben für alle meine äquivalenten Bereiche von der Definitionsmenge, von dem Definitionsbereich raussuchen und dann da jeweils eine Stichprobe versuchen und dann habe ich sozusagen, wenn ich Testentwurf nach Äquivalenz-Klassenbildung mache, bin ich fertig, habe ich alles erfüllt. Ob das jetzt, wie sinnvoll das ist, kann man drüber streiten. Das klappt normalerweise ganz gut als Erfahrungswert, kann auch vollständig versagen, wenn der Code, den Sie testen, eben nicht gut für dieses Verfahren geeignet ist. Aber es ist eben besser als gar nichts. Es ist eben eine Methode ranzugehen. Die Idee ist also, wenn es einen Fehler gibt durch eine Stichprobe, sollten auch andere Werte in der Äquivalenz-Klasse diesen Fehler machen und sollte es keinen geben, sollten auch alle anderen Werte der Äquivalenz-Klasse eben keinen Fehler machen. Gut. Relativ einfache Gedanke. So, und dann haben Leute da geforscht dran und überlegt und wie machen wir das am besten und haben so eine Handreichung entwickelt. Also eine Möglichkeit, wie man da rangehen kann, wie man das wirklich machen kann. Wie komme ich zu meinen Äquivalenz-Klassen, ist ja die Frage. Wie macht man das mit den Äquivalenz-Klassen? Und da gibt es diese Tabelle. Diese Tabelle müssen Sie wissen. Ohne diese Tabelle würde ich an Ihrer Stelle nicht in die Klausur gehen. Im Sinne von haben Sie sie bitte in Ihrem Kopf. Ist auch, glaube ich, gar nicht so schlimm. Das ist so, dass die Äquivalenz-Klassen-Bildung die sagt, nee, die schreibt Ihnen vor, wie viele Äquivalenz-Klassen Sie für einen bestimmten Definitionsbereich haben. Okay. Das heißt, Sie gucken in die Spezifikationen, sagen, positive Integer, ich habe einen Wertebereich von 0 bis MaxInt. Da ist mein Wertebereich. Und wenn Sie dann hier in diese Tabelle gucken, dann finden Sie auf der linken Seite etwas, was Sie haben. Einen Wertebereich zum Beispiel. Oder Sie haben eine minimale und eine maximale Anzahl von Werten vorgegeben. Oder Sie haben eine Menge von Werten, die möglicherweise unterschiedlich behandelt werden. Oder Sie haben eine Situation, die zwingend erfüllt sein muss. Oder Sie haben Werte einer Äquivalenz-Klasse, die vermutlich nicht gleich behandelt werden. Diese Situationen haben Sie. Andere haben Sie nicht. Das sind die 5, die Sie haben. Okay, mehr gibt es nicht bei dieser Form der Äquivalenz-Klassenbildung. Also, ich gehe da ran und sage, 0 bis 1000 oder was, ich habe einen Wertebereich. So, und dann sagt mir, Wertebereich. Jetzt sagt mir die rechte Seite hier, was ich machen muss. Und zwar muss ich eine gültige und 2 ungültige Äquivalenz-Klassen finden. Hm. Okay. Zu gültig und ungültig kommen wir noch später. Sei so viel gesagt. Gültig heißt, das ist ein Wert, von dem ich erwarte, dass der Testfall funktioniert. Und ungültig heißt, das ist ein Wert, von dem ich erwarte, dass der Testfall scheitert, weil er nicht zu der Äquivalenz-Klasse gehört. Ja. Das heißt, und ich kürze die komisch ab, ich sage UX und Gags für gültige Äquivalenz-Klasse und ungültige Äquivalenz-Klasse. Werden Sie sehen, es geht immer darum, welche gültigen wir für ungültige haben. Okay. Was ist diese zweite Möglichkeit? Ich habe eine minimale Anzahl von Werten. Okay. Das ist eigentlich ein Wertebereich. Wieder zwei ungültige und ich sage mal, das sind die Werte links von meiner Grenze des Wertebereichs und rechts von meiner Grenze des Wertebereichs. Also die, die kleiner und die größer sind als der Wertebereich. Und der gültige ist das, was da sozusagen in der Mitte liegt. Irgendein Wert aus dem Wertebereich. Das ist diese Denke dahinter. Also Wertebereich und minimale und maximale Anzahl von Werten ist eigentlich das Gleiche. Jetzt habe ich eine Menge von Werten, die möglicherweise unterschiedlich behandelt werden. Das kann zum Beispiel eine Enumeration sein. Ampelfarben sind Rot, Grün, Gelb. So. Ja, das sind drei Werte. Wenn ich die als Parameter in eine Methode reinstecke, denke ich mal, da wird der Code was anderes machen. Je nachdem, ob ich da Rot, Gelb oder Grün reinstecke. Was brauche ich jetzt? Ich brauche für jeden Wert dieser Menge eine Äquivalenzklasse und zusätzlich eine ungültige. Blau. Blau ist nicht in Rot, Gelb, Grün drin. Kann ich nehmen. Wenn ich Äquivalenzklasse sage, hier an dieser Stelle haben Sie eine Äquivalenzklasse. Sie müssen das als Menge begreifen. Das ist eine Klasse von Dingen. In dem Fall hat die nur ein Element. Wenn ich Rot, Gelb, Grün habe, habe ich eine Äquivalenzklasse, die hat das Element Rot. Ich habe eine Äquivalenzklasse, die hat das Element Gelb. Ich habe eine Äquivalenzklasse, die hat das Element Grün. Und ich habe eine ungültige Äquivalenzklasse, die hat zum Beispiel das Element Blau. Wenn ich aber einen Wertebereich habe, dann habe ich zum Beispiel eine ungültige Äquivalenzklasse, alle Werte kleiner Null. Dann habe ich eine gültige Äquivalenzklasse. x ist zwischen Null und Tausend. Also eine Menge von Werten, irgendwo für die gilt, dass x zwischen Null und Tausend ist. Ihr x ist ihr Wert aus dieser Menge. Und dann gibt es eine, da muss x zum Beispiel die ungültige Äquivalenzklasse 2. Die ist auf der rechten Seite, das heißt größer, das heißt x ist größer als Tausend. Ich hoffe, Sie können mir so ein bisschen folgen. Es sind Mengen von Werten. Da steht nicht 23, sondern da steht für diese Menge. Und nur bei diesen diese Menge von Werten, die möglicherweise unterschiedlich behandelt werden, da sind diese Menge einelementig. Die haben eben zum Beispiel ein Literal von der Enumeration. Okay. Irgendwie klar. Dann gibt es eine Situation, die zwingend erfüllt sein muss. Das ist ein Bool. Yes, no, true, false. Dann nehmen Sie einfach eine gültige und eine ungültige Äquivalenzklasse. Einmal ist erfüllt, einmal ist nicht erfüllt. So, das sind prinzipiell die Sachen, die Sie haben. Sie haben eigentlich nur drei Sachen. Sie haben irgendwie so einen Bereich von Werten. Sie haben eine Enum, sage ich mal, also eine Anzahl von Symbolen, die alle unterschiedlich sind. Und Sie haben eine Situation, die sein muss, aber nicht. Also Bool. Und dann haben Sie noch diesen letzten Bereich. Wenn Sie vermuten, dass die Werte eine Äquivalenzklasse nicht gleichwertig behandelt werden, zum Beispiel die Null drin ist, dann spalten Sie die Äquivalenzklasse in kleinere Äquivalenzklassen auf, bis Sie sich sicher sind, die einzelnen Klassen werden vermutlich äquivalent behandelt. Sie können immer nur vermuten. Sie wissen ja nichts. Also, Sie kennen den Code nicht. Beispiel. Größter gemeinsamer Teiler. Z kreuz Z nach N. Die Definitionsbereiche sind prinzipiell, wir machen C++, sind Eingabeparameter, haben wir gesagt, Int, Integer. Rückgabewert ist unsigned int, weil positiv. Ich muss jetzt gültige und ungültige Teilbereiche unterscheiden. Und ich sage für mich mal, also es gibt Integer, MinValue und Integer, MaxValue. Uh, bin ich hier noch bei Java? Ich hoffe, ich bin bei C++. Es gibt also irgendeine Konstante, die mir sagt, wie groß mein Integer denn wirklich ist. Und ich sage, alles, was hier von links steht, ist natürlich ungültig, weil kann ich auf meinem System nicht darstellen. Alles, was hier von rechts steht, ist ungültig. Dann habe ich einmal, also ich habe erstmal diesen Bereich, von dem ich ausgehe, dass er gültig ist. Den würde ich aber unterteilen. Denn, und zwar an dieser Stelle. Ich würde daraus drei Bereiche machen. Warum drei Bereiche? Einmal dieser Bereich, einmal die Null an sich und einmal die positiven Zahlen. Diese drei Bereiche, weil die Null an sich so anders ist. Das heißt, ich habe hier jetzt eigentlich drei gültige und zwei ungültige Bereiche. Einmal die Bereiche, wo alles, was kleiner ist als IntegerMinValue, ungültig, ist eine Äquivalenzklasse. Eine Äquivalenzklasse ungültig, alles, was größer ist, IntegerMaxValue. Und dann drei gültige Äquivalenzklassen, von MinValue bis zu Minus1 inklusive. Dann die Null. Und von der 1 bis zu MaxValue. Alles inklusive. Das sind sozusagen die Bereiche, die ich habe. Und Sie können das auch einzeln zusammenzimmern. Sie können zum Beispiel sagen, ich nehme erstmal die negativen Zahlen. Dann habe ich eine gültige Äquivalenzklasse, nämlich alle negativen Zahlen. Und zwei ungültige, nämlich alles, was kleiner als IntegerMinValue ist und alles, was größer ist als meine negativen Zahlen. Okay. Dann kommen Sie aber zu Null und sagen, naja, die ist ja auch gültig. Das heißt, die können Sie dann schon mal rausnehmen wieder. Und dann sagen Sie, ja, aber ungültig wäre alles, was kleiner ist als Null. Da wissen Sie aber, dass Sie eine gültige haben, nämlich die negativen Zahlen. Das heißt, Sie können sie auch wieder rausnehmen. Und dann bleibt Ihnen noch übrig alles, was größer ist als Null. Und da sind Sie beim nächsten Schritt, wo Sie sagen, ja, aber ich kann auch noch die positiven Zahlen nehmen. Die sind auch gültig. Das heißt, die Null sozusagen ist umgeben von gültigen Bereichen. Die hat keine ungültigen. Also, ich glaube, ich hoffe, Sie können nachvollziehen, dass wir hier auf zwei ungültige kommen und drei gültige. Und wenn wir uns das jetzt genauer angucken, an dieser Stelle, und eine Äquivalenzklassenbildung machen, sehen Sie hier die gültigen Klassen und die ungültigen Klassen für jeden Parameter. Weil beide, sowohl der Parameter M als auch N, Martha, Nordpol, sind Integerwerte. Das heißt, wir müssen tatsächlich diese Äquivalenzklassenbildung für beide dieser Parameter machen. Okay. M und N. Was haben wir jetzt? Ähm, es gibt eine Band, die heißt M und N. Egal. Ähm, der Eingabe Parameter N, die M, Martha, die drei gültigen Klassen habe ich schon angesprochen. Das sind die negativen Zahlen. Das heißt, wenn M zwischen Null und Max Value, oh sorry, die positiven Zahlen, das heißt, wenn M zwischen Null und Max Value ist, als konkreten Wert dafür, konkret, als konkreten Wert dafür, nämlich die Eins, die zweite Sache ist, äh, die Klasse, die sozusagen nur die Null hat, da wäre vielleicht besser geschrieben mit so einer, mit so geschwungenen Klammern, äh, das ist eben gültig, die Null ist gültig. Und das dritte ist dann, äh, sind die negativen Zahlen, also irgendwas zwischen Integer Min Value inklusive und der Null. Und als Beispiel hatte ich hier die Minus 1, als konkreter Wert für diese abstrakte Äquivalenzklasse, kommen wir gleich noch hin, habe ich die Minus 1. Okay. Ähm, dann habe ich zwei ungültige, links und rechts von Min und Max Integer, ne? Also, wenn irgendwas kleiner als Integer Min Value ist, zum Beispiel die Zahl Integer Min Value minus 1, da möchte man schon so ein bisschen zucken, weil als Programmierer fragt man sich, wie um Gottes willen stelle ich das dar? Aber es gibt immer Mittel und Wege, vor allen Dingen so hervorragende Sprachen, wie C++, wo man aber so wild auf den Speicher rumreiten kann oder auch casten kann, einfach so relativ straffrei. Da kann man schon ganz schöne Schweinereien machen, wie aussagekräftig die sind, sei jetzt mal dahingestellt. Und, ähm, die zweite ungültige Äquivalenzklasse, alles, was größer als Integer Max Value ist, ne? Ist halt, äh, ein Wert wie Max Value plus 1 ist größer als Max Value. Das waren die alle fünf Äquivalenzklassen, die ich eben schon mal an dem Bild gezeigt habe, für den Parameter M wie Martha. Das ist analog zu dem Parameter N wie Nordpol. Das ist völlig, der hat die gleichen Klassen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt zehn verschiedene Klassen, mit denen wir uns irgendwie rumplagen müssen. Und jetzt fragen Sie sich vermutlich, also, Sie wissen, zu diesen Klassen bin ich gekommen, darüber, dass ich in dieser Tabelle nachgeguckt habe. Ich habe einen Wertebereich, den habe ich erstmal unterteilt, weil ich nicht so richtig glaube, dass der gleich behandelt wird. Dann muss ich irgendwie links und rechts davon gucken und dann kam ich eben auf diese Äquivalenzklassen. Was, wie komme ich jetzt zu Testfällen? Ich habe ja bisher nur Äquivalenzklassen. Okay. Also, wenn ich in einer Klausur fragen sollte, bilden Sie mir Äquivalenzklassen, hätten Sie hier, wäre hier zu ändern. Dann müssten Sie nicht mal Werte angeben. Ich würde nur wissen wollen, M ist zwischen 0 und Max Value, zum Beispiel. Wie geht es jetzt weiter? Sie leiten als erstes sogenannte abstrakte Testfälle ab. Und zwar machen Sie das, indem Sie eine Tabelle erstellen, ich gebe gleich ein Beispiel, mit allen gültigen und ungültigen Äquivalenzklassen geordnet nach Parameter. Dann gibt es einfach nur zwei relativ simple, oder sagen wir hier, drei relativ simple Regeln. Erstmal, jede Äquivalenzklasse muss abgedeckt sein. Sie muss mindestens an einem Testfall beteiligt sein. Okay. Sie sehen gleich, wie das aussieht. Das sind Kreuzchen in der Tabelle. Es muss immer ein Kreuzchen mindestens, also bei jeder muss mindestens ein Kreuzchen sein. Und dann folgende Regel. Sie können pro Testfall, ein Pro-Test-Fall, also pro Testfall, können Sie entweder mehrere gültige Äquivalenzklassen abdecken. Okay. Das heißt, Sie können zusammenfassen. Aber denken Sie daran, Sie dürfen ja immer nur eine Äquivalenzklasse pro Parameter wählen. In unserem Fall haben Sie nur zwei Kreuzchen, einen für Nordpol und einen für Marta. Oder Sie können genau eine ungültige Äquivalenzklasse testen und die anderen müssen alle gültig sein. Also, gültige dürfen Sie kombinieren, wie Sie wollen. Bei der ungültigen müssen alle anderen gültig sein. Sie dürfen ungültige nicht kombinieren, wie Sie wollen. Weil Fehlerwirkungen könnten sich verdecken. Wenn ich zwei falsche einbaue, könnten die zu einem richtigen Ergebnis führen. Das passiert. Fehlermaskierung heißt das. Das heißt, man muss genau eine ungültige testen. Die gültigen können Sie dagegen zusammenfassen. Ist, glaube ich, in dem Beispiel aus der Haben nicht möglich. Aber gucken wir uns einfach mal an. Größte gemeinsame Teile. Das ist die Tabelle, von der ich rede. Nehmen Sie mal das auf der rechten Seite. Interessiert uns das noch nicht so. Das ist auf der linken Seite. Da sehen Sie, hier stehen alle meine zehn gültigen und ungültigen Quellenzklassen. Wobei hier auf dieser Linie ist die Trennung zwischen Marta und Nordpol. Sie sehen also hier haben wir die M's im oberen Bereich und die N's im unteren Bereich. Und jeweils drei gültige, das sind die negativen, null, positiv und die ungültigen, links neben dem, also kleiner als Mininteger, größer als Mininteger. Also, heißen alle so ein bisschen komisch, aber irgendwie muss man ja wissen, was es ist. Vielleicht könnte man auch die Bedingung hinschreiben, weiß ich nicht so richtig. Ich habe das eben hier über dieses komische Namens U-Eck-M1 oder so. Naja, ist irgend so eine Variante, wie ich mir die ausgedacht habe. So, jetzt ist die Frage, wie setze ich die Kreuzchen? Also, jede Spalte ihrer Tabelle, das heißt, wenn Sie hier so runtergehen, dieses hier, ist ein Testfall. Und jetzt müssen Sie zwei Kreuze setzen. Einmal bei den M's, den Martas und einmal bei den Nordpols. Und das Erste, was ich einfach mache, ist, ich teste jetzt mal die gültigen durch. Und dann habe ich drei Testfälle, wo ich nur die gültigen durch teste. Ich könnte die jetzt wild kombinieren, kann ich aber nicht, ich kann ja immer nur ein Kreuzchen setzen. Das heißt, meine Kombination ist M1 und N1, M2 und N2 und M3 und N3. Das ist also das und das. Der nächste Testfall, das und das. Das und das ist der dritte Testfall. Jetzt bin ich durch meine gültigen durch. Die kann ich beliebig miteinander sozusagen kombinieren, aber immer nur jeweils ein Kreuzchen setzen in jedem Parameter, weil ich muss ja wissen, was ich da belege. Jetzt kommen vier Testfälle. Und Sie können jetzt schon sehen, dass es vier Testfälle sind, weil Sie noch vier offene, ungültige Äquivalenzklassen haben, nämlich UEC M1, UEC M2, UEC N1 und UEC N2. Gut. Und da die Regel lautete, ungültige Äquivalenzklassen müssen immer in einem einzelnen Testfall mit nur gültigen Äquivalenzklassen getestet werden, brauche ich vier Stück. Das heißt, insgesamt habe ich sieben abstrakte Testfälle. Das heißt, diese vier kommen noch dazu. Immer nur zwei Kreuzchen. In dem ersten Kreuzchen, da gehe ich einfach die einzelnen ungültigen durch. Das heißt, hier ist ein ungültiger, hier ist ein ungültiger, hier und hier. Immer nur eine pro Testfall. Und die anderen Werte, diese anderen Kreuzchen, mache ich einfach, wie ich möchte. In diesem Fall habe ich immer den anderen Parameter, einfach den ersten Wert genommen, der gültig ist. Das ist völlig egal für die Methode. Der dürfte sein, was er will. Sie dürften nicht anfangen zu versuchen, Testfall 1 bis 3 jetzt da auch noch einzubauen. Das geht nicht. Sie können also jetzt nicht variieren, dass Sie zum Beispiel im Testfall 5 statt Gag N1, können Sie Gag N2 nehmen, aber das schützt Sie nicht davor, Gag N2 noch mal mit nur mit gültigen Äquivalenzklassen zu testen. Sie können also in ungültigen Tests, also Tests, die auf ungültige Äquivalenzklassen gehen, wo Sie eine ungültige Äquivalenzklasse mit verwenden, können Sie nicht die gültigen Äquivalenzklassen erschlagen sozusagen, sondern die müssen Sie einfach nur reinsetzen. Gut, ich komme in der abstrakten Testfalltabelle, das sind jetzt abstrakte Testfälle, und wenn Sie überlegen, das hat ja auch was, also nehmen wir mal an, abstrakter Testfall 3, dann haben Sie hier eine Vorschrift, wie Sie testen wollen. Sie sagen nämlich, naja, den Parameter M belege ich mit der gültigen Äquivalenzklasse 3 und die Parameter N belege ich ebenfalls mit der gültigen Klasse 3. Dass die 3 ist, glaube ich, jetzt muss ich mal kurz zurückgehen, 3 ist die negativen Zahlen, hier an dieser Stelle. Das heißt, mein Parameter muss zwischen kleiner gleich MinValue sein oder kleiner 0. Okay. und das heißt, mein Testfall hier, Testfall 3, würde heißen, der Parameter M ist irgendwas Negatives, aber noch nicht außerhalb der Grenze und der Parameter N ist auch irgendwas Negatives, aber noch nicht außerhalb der Grenze. Das ist ein abstrakter Testfall. Den kann ich nicht ausführen, weil ich noch keinen konkreten Wert dafür habe. Ich weiß ja nicht, dass ich minus 23 nehme, sondern einfach nur irgendwas in dieser Äquivalenzklasse und deshalb heißt der abstrakte Testfall. Nicht ausführbar, keine konkreten Werte, nur eine Idee, wie Sie das machen können. Okay. Der Übergang zu den konkreten Testfällen ist jetzt sehr simpel. Sie nehmen sich nämlich einfach eine Stichprobe. Also zum Beispiel für unseren Testfall 3 habe ich mir die Stichproben minus 1 genommen. Da sieht man, m ist gleich minus 1, n ist gleich minus 1. Das liegt in meiner Menge drin. Es ist nämlich kleiner als 0 und es ist größer als Integer MinValue und da weiß ich, der größte gemeinsame Teil ist 1. Das ist mein Sollwert. Wunderbar. Und so kann ich die durchgehen. Testfall 1 sind positiv. 1, 1 erwartet wird 1. Testfall 2 interessant. 0, 0. Hm. Größter gemeinsamer Teiler von 0 und 0. Genau. Ist sich die Mathematik weitgehend uneinig darüber, was das ist? Durch 0 können Sie nicht teilen. Das kann nicht 0 sein? Das kann nicht 0 sein? Ja. Sollte es 1 sein? Also, wie gesagt, da wissen nicht mal die Mathematiker genau, was es sein soll. Deshalb ist dieser Testfall zwar da und der ist auch möglich, aber ob er sinnvoll ist. Das wäre so ein typischer Testfall, wo man sagen würde, ja, dieses Testentwurfsverfahren wirft mir den jetzt raus, den sollte ich vielleicht machen, macht aber einfach keinen Sinn. Dann lassen wir ihn. Dann wird er einfach gelassen. Oder Sie finden irgendwas, was Ihnen da, eine Fehlermeldung zum Beispiel, Sie sagen, erwartet wäre hier eine Exception und dann sollten Sie ihn definitiv machen, weil Sie diesen Fall abfragen wollen. So, und dann kommen hier noch unten die Testfälle, die alle auf ungültige Klassen gehen und das sehen Sie auch schon, da steht immer min in minus 1, max in plus 1 und so. Also ich belege das mit den entsprechenden falschen Werten sozusagen, die Werte, von denen ich weiß, dass sie nicht gültig sind. Und ich erwarte immer, ich habe hier einfach Error hingeschrieben. Das hängt jetzt total davon ab, wie Sie es implementieren, was Sie da erwarten. Es ist auch fraglich, wie Sie sowas, wie gesagt, hinschreiben. Wie schreibt man ein C++? Wie macht man eine Zahl, die min int minus 1 ist? Naja, man könnte einen long nehmen zum Beispiel. Da passt es dann rein. Könnte den aber dann casten, dann liegt der Fehler aber in dem Cast drin. Ja, also die Frage ist immer, machen solche Sachen, lassen sich solche Testfälle überhaupt sinnvoll programmatisch umsetzen? Oft lassen sie das. Also wenn Sie zum Beispiel eine Vorgabe haben, in dieses Adressfeld gehen 0 bis 20 Zeilen. Dann sind das Werte, dann sind das ja nicht Constraints, die die Datentypen ihrer Programmiersprache betreffen, sondern sind das Constraints aus ihrer Speck. Und das können Sie natürlich testen mit minus 1 und 21 oder irgendeinem anderen Wert. Also oft geht das, aber manchmal kommt man dann tatsächlich an die Grenzen der Programmiersprache. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn Sie einen bestimmten konkreten Testfall nicht implementieren können, ist das so. Tja, was soll man da machen? Abstrakt aufschreiben können Sie in jedem Fall. Okay. Ich würde gerne noch ein paar Beispiele geben, einfach damit Sie sehen, wie kann ich diese Tabelle benutzen, um zu der Anzahl von gültigen und ungültigen Äquivalenzklassen zu. Also, wenn Sie zum Beispiel in der Speck etwas haben, das heißt, ganzzahlige Eingabewerte zwischen 1 und 100 sind möglich. Dann wäre das, Sie gucken in Ihre Tabelle, das ist die Vorgabe eines Wertebereichs. Also, die Äquivalenzklasse alle gültigen Werte und 1, das kleiner ist und 1, das größer ist. Also, der Wertebereich, der gültig ist, ist irgendwie x liegt zwischen 1 und 100 inklusive und dann sage ich, na, ungültig ist kleiner 1 und ungültig ist größer 100, weil liegt links und rechts dazwischen. Haben wir gerade ein paar Mal gemacht, ist glaube ich klar. Was ist mit so einer Aussage in der Speck wie, ein Mitglied eines Sportvereins muss sich mindestens einer Sportart zuordnen. Jedes Mitglied kann an maximal drei Sportarten aktiv teilnehmen. Okay. Das ist wieder eine Vorgabe einer Anzahl von Werten, allerdings komplizierter ausgedrückt mit mehr Worten. Das ist muss nämlich mindestens eine Sportart, maximal drei. Das heißt, ich habe wieder das gleiche, zwei ungültige, eine gültige, ist irgendwie klar. An der Stelle haben wir die ungültigen, also x ist irgendwo zwischen 1 und 3. Ungültig ist zum Beispiel, x ist kleiner, ist ein bisschen schwierig bei Sportarten, ich sage gerade, ist gleich 0, aber es ist immer noch eine Klasse, das ist das Problem. Wie gesagt, man müsste hier vielleicht hier so eine Mengenschreibweise, es ist das Element, es ist die Äquivalenzklasse mit einem einzelnen Element, nämlich der 0, weil minus eine Sportart ist irgendwie ziemlich unsinnig. Und die andere ist, wenn man mehr als drei Sportarten belegt hat, ist auch ebenfalls eine ungültige Äquivalenzklasse, weil die Speck sagt, das ist nicht gültig. Das ist jetzt kein Problem ihrer Programmiersprache. Ich habe noch mehr Beispiele mitgebracht, zum Beispiel, wenn Sie eine Aussage haben, wie im Sportverein gibt es folgende Sportarten, Fußball, Hockey, Handball, Basketball und Volleyball, gucken in Ihre Tabelle, sagen, naja, das ist vielleicht eine Menge von Werten, die möglicherweise unterschiedlich behandelt werden, Ihr Code wird, je nachdem, wenn Sie das als ein Parameter reingeben, Sportart ist eine Enum oder so, da müssen Sie eine gültige Äquivalenzklasse pro Wert machen und eine ungültige Äquivalenzklasse, das heißt, Sie haben eine Äquivalenzklasse Fußball, Hockey, Handball, Basketball, Volleyball, das sind die hier, und dann haben Sie eine, die nicht Fußball, Hockey, Handball, Basketball oder Volleyball ist, das ist die Klasse, das ist eine Klasse, wie gesagt, eine Stichprobe wäre dazu irgendeine andere Sportart, Angeln, der Angelsport, wie auch immer, irgendwas, was hier nicht auftaucht in dieser Aufzählung. Letztes Beispiel, glaube ich, jedes Mitglied im Sportverein erhält eine eindeutige Mitgliedsnummer, steht in der Speck, diese beginnt mit dem ersten Buchstaben des Familiennamens. Dabei handelt es sich um eine Situation, die zwingend erfüllt sein muss, jedes Mitglied hat nun mal eine Mitgliedsnummer und die beginnt nun mal mit dem Buchstaben des Familiennamens, scheint nicht nur eine Nummer zu sein, sondern scheint irgendwie eine Identifikationszeichenkette zu sein, ist also eine Situation, die zwingend erfüllt sein muss, wenn Sie in Ihre Tabelle gucken, brauche ich eine gültige Äquivalenzklasse, eine ungültige, nämlich ist erfüllt, was nicht erfüllt. So, meine gültige wäre zum Beispiel, das erste Zeichen ist ein Buchstabe und die ungültige ist, es ist kein Buchstabe, sondern eine Ziffer zu machen. Damit kann ich das testen, weil ich eine ungültige Äquivalenzklasse habe. Wir sind auch schon am Ende. Ich glaube, hier ist es wirklich wichtig, dass Sie den Arbeitsbogen machen zur Äquivalenzklassenbildung. Kontrollieren Sie sich da mit der Musterlösung. Das ist tatsächlich, das müssen Sie ein paar Mal rechnen, sowas müssen Sie mal rechnen. Vollziehen Sie die Beispiele nach, die wir hier hatten und wie gesagt, rechnen Sie selber mal so eine Übungsaufgabe über den Arbeitsbogen. Das brauchen Sie, sonst läuft die Klausur an der Stelle nicht. Was möchte ich Ihnen noch mitgeben? Spillender Linz, Basiswissen Software Test, das ist halt auch das Buch für diesen Certified Tester. Dann können Sie auch googeln einfach. Das ISTQB und das German Testing Board, die haben so ein Standard glossare Testbegriffe. Testen hat so eine ganz eigene Sprache und wenn Sie da mal über Begriffe stolpern, die Ihnen nicht klar sind, googeln Sie es mal, Standard glossare Testbegriffe, ISTQB, da kriegen Sie ein wunderbares Dokument, wo sehr, sehr viele Begriffe erklärt sind, wie das funktioniert. Also was die bedeuten. Also das ist wirklich gut, um sich in was einzuarbeiten. Ansonsten ISTQB selber ist eine internationale Dachorganisation, das German Testing Board. Wenn Sie Interesse an diesen Zertifizierungen haben und sich das mal angucken wollen, wie gesagt, in der TU gibt es, glaube ich, den Grundlagen des Software Testens. Den Kurs vielleicht mal da gucken, in dem Vorlesungsverzeichnis, wer den gerade gibt. Da kann man sich so einen Kurs, also Sie können als Beutmensch natürlich externe Kurse belegen und da könnte man in dem Rahmen auch eventuell während der Zertifizierung durchgehen. Weiß ich nicht, ob das noch gemacht wird, aber ist mir nur so ein kleiner Hinweis, wenn Sie da ein Interesse haben. So eine Zertifizierung ist tatsächlich arbeitstechnisch sinnvoll. Müssen Sie jetzt nicht machen und wie gesagt, ist überhaupt nicht naheliegend für den Abschluss Ihres Studiums, aber haben Sie vielleicht auch schon so eine Zertifizierung in einem anderen Gebiet. Es ist tatsächlich, es weist halt praktische Fähigkeiten nach und es ist so, dass das Software Testern relativ gute Berufsaussichten haben. Die verdienen teilweise mehr als Entwickler. Weil das, wie gesagt, wenn Sie Erfahrung in dem Bereich haben, sind Sie ein gesuchter Mensch. Eine Zusammenfassung würde ich gerne noch geben. Worum haben wir uns gekümmert? Wir haben uns erstmal um Begriffspaare gekümmert, statischer und dynamischer Test, wo der statische Test testet statische Artenfakte, braucht also keine Laufzeit und der dynamische Test benutzt die Laufzeit, um das Verhalten von einem Testobjekt zu evaluieren. Dann haben wir uns Blackbox-Whitebox-Testentwurfsverfahren eingeguckt. Blackbox, da werden Eingabe-Werte, also das, wie ich das Testobjekt zum Wackeln bringe, diese Werte werden ohne Kenntnis der Struktur des Programms gewählt, zum Beispiel aus der Spezifikation. Und Whitebox-Test, da kennt man die Struktur des Programms, machen wir im nächsten SU, wie das aussieht, wenn ich das Programm, den Code habe. Da kann man diese Werte halt ein bisschen cleverer wählen, sage ich mal. Wir hatten auch noch hier abstrakte und konkrete Testfälle, also abstrakte Testfälle, die reine Idee dessen, was getestet wird. Ein konkreter Testfall, technologieabhängig, Werte in einer bestimmten Implementierung, wie kann ich diese Idee umsetzen. Dann haben wir über die Äquivalenzklassenbildung gesprochen. Als Beispiel war dieses größte gemeinsame Teiler, also das Bilden gültiger und ungültiger Äquivalenzklassen und die Anzahl gültiger und ungültiger Äquivalenzklassen können Sie aus dieser Tabelle herauslesen, wo diese verschiedenen Situationen, sage ich mal, was Sie da vorliegen, haben aus der SPEC aufgestellt wird. Das meiste bei Ihnen werden Wertebereiche haben, aber wer sagt nicht, dass ich auch eine Klausuraufgabe stelle, wo was anderes steht. Also Sie kriegen erst mal raus, wie viel gültige und ungültige brauche ich. Dann fangen Sie an, diese Äquivalenzklassen zu bilden, also was sind meine Bereiche oder was sind diese Klassen, die ich habe, ohne die Werte festzulegen. Dann können Sie schon mal abstrakte Testfälle machen. Das war diese Tabelle mit dem Testfall 1 bis 7 im Beispiel, wo auf der linken Seite nacheinander alle Ihre Äquivalenzklassen standen. Erst die gültigen, dann die ungültigen für den ersten Parameter, dann für den zweiten, dann für den dritten, also das wären lange Tabellen. Und da machen Sie die Kreuzchen und gucken halt, welche Äquivalenzklassen muss ich verwenden für welchen Test. Und dann sehen Sie, wie viele abstrakte Testfälle Sie überhaupt haben. Also für das Testen sehen Sie, das war jetzt ein Testen von zwei Ints als Parameter und ich brauche sieben Testfälle für die Methode nach diesem Verfahren. Nicht irgendwie 2 hoch 32 mal 2 hoch also 2 hoch 64 Testfälle, sondern 7. Das ist das, was Äquivalenzklassenbildung macht. Stichproben aus Ihrem Parameterraum. Aber sinnvolle Stichproben. Da, wo es wehtun kann, Stichproben. Also das haben wir gemacht und dann haben wir abgeschlossen mit ganz, ah ja, ne, konkreten Testfälle haben wir uns noch angeguckt. Also ich nehme meine abstrakten Testfälle und belege sie mit Werten aus den Äquivalenzklassen. Ja, also wenn ich eine Äquivalenzklasse habe, die negativen Zahlen, dann wähle ich mir den Wert minus 23 oder minus 1 oder irgendwas, der da halt drin liegt. Und dann kann ich einen konkreten Testfall aus dem abstrakten Testfall ableiten. Kann ihn aufschreiben. Nicht jeder konkrete Testfall kann implementiert werden. Das ist völlig in Ordnung. Das ist kein Problem. So, das heißt, wir haben Beispiele gemacht. Da habe ich Ihnen am Ende noch Beispiele gegeben zu nochmal, wie kann etwas aussehen in der Spezifikation und was heißt das für meine Äquivalenzklassenbildung. Da habe ich nicht mehr gezeigt, wie Sie die Tabelle für die abstrakten Testfälle aufstellen, sondern nur, wie benutze ich diese Folie mit wie viel Äquivalenzklassen muss ich denn eigentlich bilden. Das ist ein Wertebereich. Ist es eine Menge von Werten, die unterschiedlich behandelt wird? Muss ich es vielleicht zerlegen? Das hatten wir bei größte gemeinsame Teile. Oder ist es eine Situation, die zwingend erforderlich ist? Dann wie viel Äquivalenzklassen muss man jeweils von welcher Art. Okay. Ich hoffe, das ist so einigermaßen klar. Und ansonsten bin ich hier am Ende und wir sehen es und Sie hören mich vor allen Dingen, sehen und hören mich bei dem SU zu dynamischen Whitebox-Tests. Das wäre das Nächste. Auf Wiedersehen.